Psst, hey, hey du! Tag, ähm, Discofilx wird 50, 50 Folgen halt und wir haben gefeiert und deshalb gibt's Folge 50 ab Freitag, den 5. August zu hören. Und weil uns noch ganz tolle Geburtstagsgröße erreicht haben, Happy Jubiläum, ihr verrückten Hänne von Isabel! Schön, dass wir uns kennen, dass wir uns auf den Bühnen dieser Welt kennengelernt haben. Ich hoffe, dass noch viele weitere Bühnen hinzukommen und toll, dass ihr diesen Podcast macht. Auf die nächsten 50 verrückten Folgen mit viel Witz und Humor und ich werde mich jedes Mal weiter kaputt lachen. Also, alles Gute! Tschüss! Witz und Humor, ihr habt's gehört. Also die große Geburtstagsgala von Discofilx lohnt sich und hier ist noch ein wahnsinnig schöner Geburtstagswunsch, der uns leider nach der Aufzeichnung dieser Gala erreicht hat. Liebes Discofilx-Team, ich wünsche euch alles, alles Gute zum 50. Jubiläum. Ich durfte ja auch schon Gast in eurer Sendung sein und ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ihr wisst vielleicht, ich habe ja selbst einen Schlagzeug-Podcast, den Schlagabtausch. Also lieber Philippi oder Johannes, macht weiter so. Es ist mega krass. Ihr habt uns auch ein paar Folgen voraus. Alles, alles Gute für die weiteren 50 Folgen. Eure Themen sind witzig, spannend und einfach immer auch, ja, aktuell und am Zahn der Zeit. Also, macht weiter. Bis dahin und vielleicht bin ich noch mal Gast in eurer Sendung. Würde mich freuen, noch mal mit euch zu schnacken. Alles Gute für euch. Ciao. Ja, danke Timo, danke Isabel. Ihr rührt mich bis ins Mark und natürlich jederzeit wieder. Gut, liebe Discofilx-Army, ab Freitag, den 5. August gibt es also die Folge Nummer 50. Wollte ich nur schnell losgeworden sein. Gute Nacht.